Irgendwas drücken? Gedrückt halten vielleicht? Vielleicht Tombrader gedrückt halten? Oh! Oh mein Gott, sind ihre Boobs gerade gewachsen? Was geht, Leute? Mein Name ist Danny. Das ist dann! Willkommen zurück bei Trollface Quest Videogames 2. Das ist ich, Leute. Wir spielen den zweiten Teil. Und ehrlich gesagt, den ersten Teil haben wir auch schon für lange, lange Zeit mal gespielt. Ich kann mich noch so leicht erinnern. Ja, doch, das haben wir getan. Zu 100% sogar. Aber wie gesagt, ist schon länger her. Deswegen würde ich sagen, wir spielen den zweiten Teil. Und man sieht es schon daran, dass wir PUBG dort sehen. Okay, ich glaube, das ist PUBG. Ich meine, das sind Häuser im Hintergrund und irgendein Typ mit der Blattpfanne. Okay, sehr schönes Bild auf jeden Fall. Let's go, lass uns spielen. Oh, damn. Okay, was haben wir hier? Wir haben eine Katze, die versucht, Kaka zu machen. Ich verstehe, ich sehe dich. Okay, also das, was ich quasi mache. Toilettenpapier anklicken? Nein, geht nicht. Was kann ich anklicken? Oh, sie versucht zu... Okay, ich sehe dich. Ich weiß, was du tust. Na los, drück, drück, drück. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Okay, warte mal, warte mal, warte mal. Level beendet. Also, ich habe eigentlich nur wild drauf rumgedrückt. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Vor allem, sie hat nicht gekackt, sondern sie hat... Sie hat ihre Fürze dazu genutzt, um ins Weltall zu fliegen. Was, ehrlich gesagt, für mich einer der... Atemberaubendsten Sachen der Welt ist. Respekt an die Katze, wirklich nächstes Level, Baby. Okay, okay, wir haben hier eine Rutsche. Ich sehe dich. Okay. Ich klicke mal auf die Rutsche. Oh. Level gescheitert, verdammt. Äh, ja. Okay. Ich klicke nur eine Sekunde drauf und dann passiert das. Kann ich... Oh. Okay. Hast du das gesehen? Und? Hahaha. Was jetzt? Damn. Nice. Du bist genau in die Toilette geflogen. Respekt dafür, wirklich. Nächstes Level. Oh. Hey, Lady. Bist du Tom Prater? Okay. Sorry. Mein Wahl ist sicherlich wieder gezeigt. Oh, mein Gott. Ich hasse es, wenn das passiert. Okay, wir haben mal. Ähm. Wir müssen diesen Schatz dort finden, anscheinend, der ein Troll ist. Oh, damn. Hier, du hast ihn doch. Level gescheitert. Dein Ernst. Okay, warte mal. Kann ich irgendwas tun? Irgendwas klicken? Steine bewegen? Nein. Äh. Oh. Ah, warte mal. Ist das Level schon vorbei? Ja. Okay, ich seh nicht. Also, wir dürfen nicht auf Tom Prater klicken. Aber was denn sonst? Ich meine, Leute, wenn ich nicht weitergucke, äh, bekomme, da können wir auch Tipp verwenden. Ja, wir können auch ohne die Tipps haben. Kann ich irgendwas bei dir verändern? Irgendwas drücken? Gedrückt halten vielleicht? Vielleicht Tom Prater gedrückt halten. Oh. 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 Oh, mein Gott. Sind ihre Boots gerade gewachsen? Nochmal. Mach sie noch größer. Oh, mein Gott. Gedrückt halten hat geklappt. Ich bin das sprachlos. Weil normalerweise bin ich so schlecht in den Spielen, dass ich nie drauf komme. Nochmal gedrückt halten. Passiert noch was? Okay, jetzt. Ich komme. Ha, 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 ha. Oh, mein Gott. Das war witzig. Das war zu 100% irgendwo witzig, finde ich persönlich. Ich habe gerade mein Mikrofon geschlagen. Sorry dafür. Aber das war der Wahnsinn. Okay, okay. Nächstes Level. Oh. Hey, Akinator. Na, wie geht's dir? Ist mein Charakter Burger? Ja. Mag mein Charakter Toilettenpapier? Ja. Ist mein Charakter eine Biene? Ja. Wo weißt du das? Ich meine Fliege. Ah, Kacke. Okay, ich sehe dich. Okay, Level gescheitert. Okay. Warte mal, warte mal, warte mal. Äh, ich mache mal X, okay? Toilettenpapier X. Nein, auch nicht. Ah, einfach immer. Wow, in Ernst. Wieso kommt das immer wieder raus? Wieso gibst du mir ein Stück Kacke, hä? Ja. 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 Und es kommt dasselbe, oder? Können wir das nicht runterspulen oder so? Oh, das gibt es bestimmt, Leute. Ah, kann ich hier runterspulen? Ich habe mal gedrückt, Leute. Ah, nee, haben wir nicht, Leute. Was soll ich tun? Tipp nutzen. Ah. Oh, mein Gott. Äh, okay, wir haben es geschafft. Also, ehrlich gesagt, ich habe drauf gedrückt, aber man musste drauf tippen. Das ist das Blöde. Mancher tippt man drauf, manchmal halt mal gedrückt. Es ist voll komisch. Weiter geht's. Oh, hi. Warte mal, was war das nochmal für ein Spiel? Keine Ahnung. Äh, klicken wir mal auf den. Ähm, okay, ich sehe dich. Oh, damn. Das Teil juckt es gar nicht, Leute. Haben wir verloren. Okay, also der letzte ist Stroll. Das steht fest. Ähm. Hey. Oh. Ich habe mal was gesammelt, Leute. Cool. Ich habe nur keine Ahnung, was genau. Tja, aber es könnte helfen. Hier vielleicht irgendwas gedrückt halten. Nee, nee, nee. Nicht gedrückt halten. Leider, verdammt. Okay, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Okay, wir können hier drauf drücken. Kann ich noch was verändern bei ihm? Ich tippe mal. Tippen klappt nicht. Gedrückt halten. Auf in den Kopf gedrückt halten. Nein. Waffe verändern. Verdammt, auch nicht, Leute. Tja, was tue ich hier? Tipp nutzen. Ah. Das ist nicht dein Ernst, oder? Ey, Buddy. Was zum Teufel ist es bitte? Gedrückt halten. Wo furt ich jetzt? Loll. Keine Ahnung, was es war, aber... Dieses Spiel ist es schwer. Okay, ohne Tipps würde ich hier nicht weiterkommen. Weiter geht's. Oh, ganz, ganz toll. Tät, natürlich. Boom. Oh, komm schon. Äh, jetzt. Ah. Oh, yeah. Das war sehr weit. Bleib gescheitert. Okay, ich sehe dich. Äh, ich glaube tatsächlich nicht, wir müssen da was tun, oder? Ich halte mal gedrückt, Leute. Nee, vielleicht tippen. Hm, irgendwo. Auch nicht, vielleicht. Ah, da. Oh, ich habe irgendwas gesammelt. Ich sehe dich. Ich kann nicht sehr gut sehen. Gar nicht treten. Hahaha, lol. Geschafft. Mitte, Mitte vielleicht gelb. Oh. Hahaha, lol. Gescheitert. Okay, machen wir auch mal range, Leute, okay? What? Okay, Tipp nutzen. Äh, ah, ja, natürlich. Ist klar. Wo soll... Damn. Er ist an einem A-Loch stecken geblieben, Leute. Damn. Was ist passiert? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Lächerlich. Ohne Tipps würde ich hier niemals weiterkommen. Let's go, babe. Hier, Little Nightmares. Mein Lieblingsspiel. Ein, mein Lieblings... Oh, hi. Oh. Oh, er wollte mir doch nur eine Lolli geben. Ist das cool. Nein. Oh, hör auf damit. Ich hasse das, wenn du das tust. Nochmal. Was können wir klicken, Leute? Was können wir klicken? Vielleicht hier irgendwas? Ah. Lol. What the frick ist das, Leute? Was passiert da? Und jetzt? Jetzt lachen beide. Okay, das wird sich. Okay, wir haben das Level beendet. Sehr gut. Let's go. Na, wo sind wir, by the way? Ich hab keine Ahnung. GTA? Oder so? Damn. Sieht ganz aus. Oder keine Ahnung, was... Wir wurden runtergespielt. Wasted. Ja, GTA. Okay, ich seh nicht. GTA... Äh, wie hieß es nochmal? Vice City oder so, ne? Irgendwie so war das, Leute. Warte, 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 warte. Nein, nein, nicht rein. Oh, mein Gott. Ich glaube, ich muss irgendwas ändern, Leute. Hier. Okay, ich hab keine Ahnung, was ich hier tun soll, ehrlich gesagt. Tipp nutzen. Hä? Ah! Ja, genau. Ja, genau. Ja. Ja, genau. Ja, genau. Okay, sorry, aber... Oh, Flavio Bird natürlich. Äh, wie kann ich ihn ärgern? Gedrückt halten? Ich hab gedrückt gehalten. Level gescheitert. Ich, äh... Ich dück auch die ganze Leute. Nein! Komm schon! Was soll ich denn hier tun? Ich hab keine Ahnung, Leute. Gedrückt halten? Nopei, dopei. Tap nutzen, Leute. Ich hab keine Ahnung. Äh, achso. Gedrückt halten einfach nur, ah? Oder? Hä? Was zum Teufel? Einfach nur gedrückt halten. Ich versteh's nicht. Damn! Ich mein, ich hab gedrückt gehalten, aber... Okay, no game. Also, ähm... Flappy Bird ist aus dem Thailand kommen. Oh, das Spiel kenn ich. Das ist ein App-Game, was anscheinend sehr populär ist. Es ist sehr cool. Es heißt... Monument Valley oder irgendwie sowas in der Art. Ich hab keine Ahnung, aber es ist sehr cool. Ähm... Klicken wir auf die Toilette. Klappt immer wieder eigentlich. Ja, es ist sehr gut. Wird aber wahrscheinlich nicht das Ziel gewesen sein. Nein, nein. Leider nicht. Schade. Okay, er läuft dahin. Okay, ich seh dich. Und jetzt nochmal. Nochmal, nochmal, nochmal. Nochmal, nochmal. Lauf dahin, lauf dahin. Na los! Äh, was jetzt? Er hat gefurzt. Okay. Nochmal. Okay, ähm... Wie haben wir dieses Level geschafft? By the way, ich will noch kurz gucken, wie viel Level es gibt. Oh my God, 32 Level. Wir werden heute nicht alles schaffen, Leute. Definitiv nicht. So, 16 Level würde ich heute schon gerne machen, tatsächlich. Aber na gut, let's go. Ähm, was ist für ein Spiel? Okay, Fish, Feet and Grow. Was soll ich mir nehmen? Damn. Alles? Okay. Damn. Okay, ich hab keine Ahnung. Mom, die das Teil gerade? Ich hab mal gedrückt. Level gescheitert. Na super. Okay, so. Ich hab keine Ahnung, was ich tun soll, Leute. Tipp nutzen. Klicke das an. Nochmal, Tipp nutzen. Ja, ist klar. Nein. Niemals. Ohne Tipp. Kann ich euch sagen, ich hätte stundenlang gesessen. Also ganz ehrlich, ich hätte lieber stundenlang gesessen, als zu erfahren, was da passiert. Aber na gut. Oh. Das ist, das ist, das ist, das ist, ähm... Papers, please. Oder? Papiere, sir. Piep. Oh, damn. Und jetzt? Level gescheitert. Verdammt. Naja, es klappt so nicht, leider. Komm schon. Was soll das? Tür vielleicht gedrückt halten? Vielleicht, äh... Oder vielleicht den hier? Ich hab keine Ahnung, Bro. Ich hab keine Ahnung. Was soll ich tun? Ah! Tipp nutzen. Ja, na... Okay. Und jetzt? Tipp nutzen. Nochmal? Hahaha. Nochmal. Oh, Hitman. Hahaha. Oh, mein... Damn. Was ist da passiert, Leute? Äh, kann ich durchgehen? Danke. Überfordert, Leute. Überfordert in meinem Leben. Wirklich. Aladdin? Nein, nicht Aladdin. Ich hab letztens Aladdin das Musical gesehen. War ziemlich geil, Leute. Das kann ich euch sagen. Oh. Okay. Level gescheitert. Na super. Ich zieh mal ein bisschen was. Das geht leider nicht. Verdammt. Verdammt. Nach oben ziehen? Nein. Geht leider auch nicht. Wieso kommt ein Tetris-Teil von oben. Oh, damn. Ist mir egal. Ich hab's probiert, Leute. Ich hab's mal gedrückt. Nochmal. Bringt nix. Ja. Wir liegen immer noch auf die Schauze von dem Tetris-Teil. Okay, okay. Tipp nutzen. Ja, wusste ich. Nee, niemals im Leben. Und jetzt ist das Teil. Damn. Okay. Ich seh dich. What the hell? Hahaha. Was ist da passiert hier, Leute? Ich hab keine Ahnung. Aber bitte mach das Endes. Danke sehr. Ähm. Okay. Wie heißt das Spiel nochmal, was wir gespielt haben mit den Fischen? Ich glaub, das soll jetzt aber gar nicht sein, by the way. Was soll ich klicken, hä? Vielleicht hier gedrückt halten oder hier gedrückt halten? Vielleicht ziehen? Oh! Ziehen? Oh! Ich hab's von selbst bekommen, oder? Yes! Manche Level kriegen wir von selbst, denn das ist geil. Okay, was haben wir hier? Ein Alligatore. Alligatore. Okay, sorry. Tut mir leid, okay? Bitte denk nicht, ich bin komisch. Das war nur mein wahres Sicht von der Sekunde. Äh, Ente. Oh damn, ich hab was eingesammelt. Sehr gut, Leute. Wie kann ich ihm hilflich sein? Das wird doch nicht klappen, Leute. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Oh Gott, das wird nicht klappen. Okay, wisst ihr was? Ich soll deinen Tipp benutzen, definitiv. Ich probier's nur einmal selbst. Nicht, dass ihr mir sagt, oh, Danny, du probierst es ja gar nicht selbst. Ich probier's selbst, okay? Egal, wo ich draufklicke, da kommt die ganze Zeit Wasser raus. Ich hab die Sturze voll. Tippen, nein. Oh damn, das wollte ich nicht, sorry. Okay, einmal drücken. Tipp nutzen, nochmal drücken. Tipp nutzen, nochmal drücken. Tipp nutzen, nochmal drücken. Okay. Ich seh' dich. Ich kann nicht sehr, sehr gut sehen, Leute. Aber nur Leute, für mehr verlassen nach oben da, weil es gibt noch viele, viele Level. Also, falls du es nicht geschafft hast, schreibe Krokodile in die Kommentare und ich seh' dich im nächsten Mal wieder. Bye, bye. Danke für's für eine Schau des Videos. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du es mit einem Daumen nach oben bewertest. Außerdem solltest du definitiv mal eine meiner letzten Videos auschecken. Die findest du rechts. Also, klick einfach irgendein Bild an und dann wirst du gleich hingeleitet. Ich bin mir sicher, es gibt bestimmt irgendwas, was dir gefallen wird. Und, falls du es nicht getan hast, kannst du gerne kostenlos abonnieren für täglichen Videocontents. Und, falls du schon abonnent bist, kannst du unten gerne die Glocke anklicken, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn mein Video hochkommt. Aber danke für's für eine Schau und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.